Die hitzige Debatte um die Stimmabgabe von Robert Lewandowski für Cristiano Ronaldo sieht derjenige am entspanntesten, den es eigentlich am allermeisten betrifft. Manuel Neuer präsentiert sich im Trainingslager der Bayern in Katar völlig gelassen. Habe ich jetzt gehört, aber ist auch überhaupt kein Problem. Ist ja ganz legitim und daran sieht man auch, dass es keine Absprachen gibt untereinander und deshalb ist es auch eine faire Wahl. Die Botschaft von Deutschlands Nummer 1, wozu die ganze Aufregung, der Weltmeister, überhaupt nicht nachtragend. Ja gut, ich habe ja nicht großartig über die Wahl gesprochen, deswegen hat es mich nicht sonderlich tangiert und ich habe mich von Anfang an jetzt auf die Vorbereitung konzentriert und möchte fit werden und will auch dann bei 100% sein, wenn es wieder richtig losgeht und alles andere, was geredet wird, wie geredet wird, ist eigentlich für mich jetzt nebensächlich. Teamkollege Arjen Robben versucht auch zu relativieren. Nein, das ist überhaupt kein Thema und wir müssen da auch kein Thema draus machen, finde ich. Das ist immer bei so einer Wahl, aber das ist auch das Schöne am Fußball und das Schöne vielleicht für die Fans, weil die diskutiert natürlich auch jeder Fan, jeder Fußballfan auf der Welt, der hat natürlich auch seine Wunschspieler, seinen Wunsch vielleicht für die Weltmannschaft und das ist das Schöne am Fußball, dass immer diskutiert wird und jeder seine Meinung hat. Deine Fan Untertitelung des ZDF, 2020